Spielen! Benjamin Gordo is now live. Streaming My Little Pony, Amare Time by Adventure, Gordo TV. Minispiele, einstelle Minispiele. Spielen! Das Kristallglanzhaus, das große Symbol für Magie und Freundschaft im Land Equestria. Und solange Harmonie zwischen Einhörnern, Pegasi und Erdponys herrscht, wird sein Licht den Himmel über der Maritime-Bucht erhellen. Aber es gibt ein junges Pony, das immer bereit ist, uns allen zu helfen. Ich bin wach, ich bin wach. Moment mal, wo sind denn alle? Ah, auf der Main Street wegen des Maritime-Buchtags. Hitch wartet sich ja schon auf mich, aber irgendwas stimmt nicht. Meine Tasche! Wo habe ich sie denn diesmal stehen lassen? Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach, ich bin wach. Meine Tasche! Meine Tasche! Das Kaninchen hat sie mitgenommen. Wie frech! Vielleicht kann ich meine Erdmagie auf die Pflanze wirken. Mit meiner Erdpony-Magie kann ich Pflanzen und Blumen wachsen lassen. Fantastisch! Aha! Ich muss nur diesen Punkt erreichen. So muss das sein! Toll angezogen und bereit zum Feiern! Ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach, ich bin wach. Ah, das Kristallglanzhaus. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir an so einem magischen Ort leben. Was ist denn hier los? Schimmerflügel, du bist es! Wow, du bist ziemlich stark für einen Schmetterling. Warum warst du da gefangen? Tut mir leid, ich spreche kein Schmetterling. Folge dem Schmetterling, um deine nächsten Schritte zu finden. Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Ich muss los! Hold'em zum Schmetterling. Warst du das? Jawel! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist noch hier? Wir sollten uns beeilen. Maritime-Bucht erwartet uns. Ich weiß. Hier geht's lange, richtig? So sieht es aus. Aber die Brücke ist zerstört. Wir könnten sie mit unseren Einheimkräften wiederverwerten. Ein Wiederverwert-Magie! Aber ich erinnere mich nicht, wo ich mein Werkzeug hingetan habe. Es sollte in der Nähe sein. Kannst du mir beim Sohren helfen? Schon dabei. Großartig! Fehlen noch zwei. Ta-da! Ta-da! Noch eins. Jetzt hab ich alle. Und nun zurück zu Izzy. Vielen Dank, Sunny. Du bist eine Brückenreiterin. Jetzt kannst du solche Tische immer einbiederverwerten. Danke für deine Hilfe. Ich versuche immer noch, dieses Magie-Ding zu verstehen. Drücke auf diese Schaltfläche, wenn du einen Basteltisch findest, um ihn einbiederzuverwir- Fantastisch! Ich sollte Hitch suchen, da ich ihn schon eine Weile hab warten lassen. Und Pünktlichkeit ist ihm wichtig. Da bist du ja! Ich hab dich überall gesucht. Du bist als Einzige noch übrig. Übrig? Übrig wofür? Um deine Fähigkeiten als Hürtin zu trainieren. Die neue größte Tradition am Maritime-Buchttag ist... Der Kaninchen-Hürten-Klassiker! Muss das sein? Die Kaninchen tun mir irgendwie leid. Die Kaninchen lieben es. Das sagen sie mir immer wieder. Siehst du? Na gut. Was muss ich tun? Also, einige Kaninchen sind zur Main Street weitergehobbelt. Drei Kaninchen werden noch vermisst, aber sie können nicht weit gekommen sein. Du musst sie für mich einfangen, ja? Sie hoppen vor dir davon. Du musst ihnen also bis hierher nachjagen. Alles klar. Ja, bin schon unterwegs. Ja! Ich bin schon unterwegs. Gut gemacht, Sunny. Du bist wirklich eine gute Hürtin. Aber dazu gehört auch, dass sie gefüttert werden. Binde ein paar Möhren und komm zurück, bevor sie unruhig werden. Fantastisch! Ha! Vielleicht machen wir ja doch noch eine Kaninchen-Hürtin aus dir. Was meint ihr? Willkommen zum offiziellen Ausbildungslager für den Hirtenwettbewerb. Das Ziel ist einfach. Treibe die Kaninchen zu den Toren. Je mehr Kaninchen du zusammentreibst, desto mehr Punkte bekommst du. Und aufgepasst! Der Torpfosten wird die Seiten wechseln. Bist du bereit, Kaninchen? Okay! Hey, Kaninchen-Zeit! Drei, zwei, eins, los! 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 Das war's schon mal. Das war's für heute. Das ist ein Bild, für den Lügel. Ich muss ein Bild, aber es ist ein Bild. Sie sind auch die Musik oder die Musik. Ich will wieder einen Bild Ich werde das Gefühl, und ich muss auf Gericht für die Lügelائiche Ich denke, noch ein Bild und ich dass er Applikativ ist. Das ist das Ding. Und das ist ein Bild. Oh, ho, ho! Nicht schlecht, Sunny! Gar nicht schlecht! Dieses Jahr könnte ausnahmsweise mal spannend werden! Großartig! Mainstreet, auf geht's! Ja! Okay, aber erst muss ich alle Kisten wegbringen. Sollen wir ihm helfen? Nein, ich hab sie hergebracht und bring sie auch wieder weg. Ist schon okay. Er kann das gut. Willkommen in der Mainstreet, dem Herzen der Maritime-Bucht, Fohlen! Willkommen, Ponys! Wollt ihr ein fabelhaftes Spektakel sehen? Äh, klar! Ja, wollen wir! Dann verpasst auf keinen Fall die Pip-Pip-Parade! Pip-Pip-Parade! Die ganze Stadt wird da sein! Ja, wir kommen und unterstützen euch! Ich bringe massenhaft Glitzer! Und ich hab ein eingängiges Lied geschrieben, super frisch, und das geht so! Klar, ich komme, nur als Fan! Perfekt, dann sehen wir uns dort Fohlen! Ich werde auch kommen und Deko basteln! Bis dann! Und ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen! Und ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen! Und ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen! Ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen! Oh Äh, hey! Wo willst du denn hin? Zur Pip-Pip-Parade! Sir? Falsche Antwort! Sunny Star Scout, stimmt's? Du bist automatisch an der Wings Flugakademie angemeldet. Du bist als geflügeltes Anfänger-Pony aufgeführt und musst so schnell wie möglich mit deiner Ausbildung beginnen. Aber ich bin sehr ungeübt im Fliegen. Tja, darum geht's doch, oder? Stimmt wohl. Zuerst musst du deine Fähigkeiten auf dem Boden mit einem Hindernis-Parcours testen. Sammle alle Kristalle schnell genug ein, um dir deine Flügel zu verdienen. Bist du bereit, deine Fähigkeiten... Okay, ich meine... Ja, Sir. Mhm. Drei, zwei, eins, los! Gut gemacht, Kadettin Star Scout! Du hast ja doch was drauf! Die hast du dir verdient! Pip, was stimmt nicht? Was nicht stimmt? Gar nichts stimmt! Meine schöne Plakatwand ist zerstört worden! So wird niemand zu meiner Aufführung kommen! Unerhört! Maritime Bucht ist nicht sicher! Er würde so etwas tun! Es gibt da ein Pony, das versucht, die Veranstaltung zu verderben. Wir müssen ihn finden! Oder sie! Oder sie? Kein Pony darf unverdächtig sein! Irgendein Pony muss doch etwas gesehen haben! Ich möchte, dass du jedes einzelne Pony hier befragst! Ich werde herumfragen! Seidenstoff und Mode aus Bridie Wood! Puh! Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat lila Fellen! Smoothies! Fruchtige und leckere Smoothies! Mit langer blauer Mähne! Verdächtigt wird ein Einhorn! Hm... Ich habe alle Hinweise! Ich muss mit Sprout sprechen! Großartige Detektivarbeit! Ein Einhorn mit lila Fell und langer blauer Mähne, meinst du? Ich denke, es ist klar, wer es war, Sunny! Nein! Izzy würde sowas niemals tun! Als Hilfssheriff muss ich sie wohl verhaften! Nein, warte! Ich werde mit ihr reden! Du solltest sie besser finden, bevor ich es tue! Da hast du wohl recht! Ich muss sie finden! Ich muss sie finden! Hallo Sunny! Ist der Maritime-Buchttag nicht absolut wunderbar? Tja... Ein Pony hat sich an Pips Plakatwand zu schaffen gemacht! Oh nein! Das ist ja furchtbar! Ich habe eine Idee! Wir könnten sie einwiederverwerten! Ja! Das wird beweisen, dass du es nicht warst! Was nicht war? Nichts! Was brauchen wir? Wir brauchen Farbe! Viel pinke Farbe! Kannst du welche finden? Farbe? Schon dabei! Farbe! Oh, hallo, suchst du Farbe? Ja, ich brauche viel pinke Farbe. Wunderbar. Und was hast du zum Tauschen? Tauschen? Es ist der Maritime-Buchttag. Geld ist nicht erlaubt. Nur tauschen. Schlecht fürs Geschäft, aber es hebt die Stimmung. Und was hättest du gern für die Farbe? Tja, früher wollte ich immer ein Pegasus-Wächter sein, wenn ich groß bin. Ein Geschäft zu betreiben ist toll, aber... Wenn ich doch nur einmal einen dieser coolen Wächterhelme aufsetzen könnte. Vielleicht kannst du mir ja einen besorgen. Ein Pegasus-Wächterhelm, also. Na gut, ich werde einen finden. Was für ein fabelhaftes Kostüm darf es für dich sein? Ich suche nach einem Wächterhelm. Ein Wächterhelm? In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Ich habe einen, aber... Aber du möchtest ihn nur tauschen. Es ist der Maritime-Buchttag. Und ich wünsche mir nichts lieber als eine fabelhafte rote Blume. Eine fabelhafte rote Blume? Alles klar, die besorge ich dir. Du suchst nach einer roten Blume? Ich würde sie gegen alles tauschen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich habe meine letzten weggetauscht. Aber ich habe in diese Töpfelsamen für rote Blumen gepflanzt. Ich könnte Magie einsetzen, damit sie schnell wachsen. Wenn das okay für dich ist. Mehr als okay. Bitte probiere es aus. Welch wunderschöne Blume. Hier, ein brandneuer Helm für dich, Schätzchen. Ich mag es, Sachen zu tauschen. Jetzt zum Farbenladen. Sieh sich einer diesen Helm an. Ich setze ihn mal auf. Sieht gut aus. Oder? Für Equestria. Ja, für Equestria. Ein Tausch ist ein Tausch. Hier hast du deine pinke Farbe. Perfekt. Jetzt können wir die Plakatwand in Ordnung bringen. Toll. Oh, tausend Dank, Sunny. Alles für den Maritime-Buchtag. Ich warte bei Main Melody auf dich. Die Menge wird begeistert sein. Kommt alle Ponys. Die Aufführung geht bald los. Bis zumора. bis zum Hast du herausgefunden, wer meine Plakatwand ruiniert hat? Nicht wirklich. Egal, jetzt sieht sie wieder schön aus. Nur das zählt. Sunny, die Menge ist da, aber etwas fehlt. Primrose, meine Ersatztänzerin! Es kann keine Tanzaufführung ohne Tänzer geben. Suchst du sie für mich? Klar. Wo soll ich nachsehen? Weiß nicht genau. Sie mag es sich zu verstecken. Und Swoosies! Ich werde sie finden. Die Show muss weitergehen. Die Show muss etwas zu Hey, bist du es, Primrose? Oh, nein, Primrose ist verschwunden. Huff! Du bist es, Primrose. Ja, ich bin's, aber ich kann nicht zur Aufführung. Warum denn? Stimmt etwas nicht? Naja, also, ich habe nichts Hübsches zum Anziehen. Daran liegt's? Ich finde etwas Passendes für dich. Das würdest du für mich tun? Ich brauche drei Teile. Drei? So gut wie erledigt. Ah! Dafür wirst du so viele Komplimente einheimsen. Kleidungsstücke für den Ponywalk kommen sofort. Für Pips Aufführung ein sehr... Ich hab alles zusammen. Es wird Zeit, Primrose die Kleidung zu bringen. Oh, hast du alles? Ja, jetzt kannst du bei der Aufführung auftreten. Aber ich kann nicht... Nein, ich kann einfach nicht. Was? Warum nicht? Na, was, wenn er sie nicht mag? Er? Wen meinst du? Hitch! Wen denn sonst? Er ist so lieb zu allen Ponys, so umsichtig. Einfach... er selbst. Oh, ich verstehe. Aber Hitch interessiert sich nicht so sehr für Mode. Tut er nicht? Bist du dir sicher? Ja, der hütet lieber Kaninchen und so. Ich dachte, ich könnte ihn beeindrucken, wenn ich mich beim Ponywalk von meiner besten Seite zeige. Aber ich bin so schüchtern. Warum? Das solltest du nicht. Du bist perfekt, so wie du bist. Bin ich? Ja, du brauchst nur du selbst zu sein. Geh mal zu ihm und sag einfach Hallo. Ich weiß nicht, es würde... Es würde mir leichter fallen, wenn ich einen Vorwand hätte, mit ihm zu reden. Was wäre, wenn du zufällig ein Smoothie übrig hättest? Das wäre wohl ein guter Vorwand. Er liebt Smoothies mit Kürbisgeschmack. Kannst du mir so einen besorgen? Ja, ich bin dein Smoothie-Lieferant. Aber mein Smoothie-Wagen ist in der Werkstatt. Wo bekomme ich jetzt ein Smoothie her? Guten Tag. Die Kühlbox meines Smoothie-Wagens ist kaputt. Kannst du mir ein paar Smoothies geben? Du bekommst doch was dafür. Oh, natürlich, Sunny. Kein Problem. Was brauchst du? Großartig. Zwei Smoothies mit Kürbisgeschmack, bitte. Oh nein, die bekomme ich nicht hin. Ich habe keine Kürbiscreme mehr. Bring mir ein paar Kürbisse und ich bereite welche zu. Großartig. Fehlen noch zwei. Perfekt. Nur noch eins. Ich habe alle Kürbisse. Jetzt auf zum Smoothie-Händler. Ein Smoothie mit Kürbisgeschmack kommt sofort. Herzlichen Dank. Sind doch bloß Smoothies. Habe ich gern gemacht. Nein. Herzlichen Dank, dass du mich ermutigst, ich selbst zu sein. So bist du immer die beste Version von dir. Und vergiss nicht, er liebt Kaninchen. Kaninchen, ja. Kannst du Pip diese Kleidungsstücke bringen? Sie hat dafür sicher bessere Verwendung. Kein Problem. Sie kennt sich mit Mode aus. Erst mochte ich tauschen nicht. Aber jetzt finde ich langsam gefallen daran. Wow, Mainstreet sieht richtig schick aus, oder? Kleidungsstücke? Aber ich brauche eine Tänzerin für die Aufführung. Und jetzt soll ich eine Tänzerin für dich finden. Stimmt's? Nein, die perfekte Tänzerin steht direkt vor mir. Echt? Ich... Du wirst das fabelhaft machen. Bist du bereit zu tanzen? Es ist Showtime, Fohlen! Zieh dich um! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Liebe Fohlen, liebe Ponys! Willkommen zur Pip-Pip-Parade, der Maritime-Bucht-Tag-Ausgabe. Als erstes müssen wir uns fein anziehen. Such dir im Menü das tollste Outfit aus. Drücke auf diesen Knopf, um es anzuziehen. Drücke auf diese Knöpfe oder bewege dich seitwärts, um die anderen Accessoires zu sehen. Drücke auf diesen Knopf, wenn du bereit bist zu leuchten. Drei, zwei, eins, los! Wir werden mit dem Knopf oder diesen Knopf-Gaba-Ausgabe auf sie in die Anzeige nehmen. Das ist jetzt einfach nur ein Knopf. Drei, zwei, eins, los! Die Knopf ist der Kantein-Wise. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als Zeichen der Wertschätzung bekommst du das! Das Abzeichen des Maritime-Buchtags! Jetzt kannst du in den Stadtpark gehen und die Kaninchen hüten! Der Maritime-Buchtag gefällt mir immer besser! Suche nach Magie spiegeln! Nutze sie mit diesem Knopf, um dich für jede Gelegenheit anzuziehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Sunny! Vielleicht später! Hier! 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 Ganze pourrait guessing! Dies ist hin! Sieh dich an! Das Abzeichen der Maritime-Bucht! Du siehst aus, als wärst du bereit fürs Kaninchen hüten, oder? Gehen wir zum Stadtpark! Es geht los! Alles bereit für den Hürden? Was? Äh, geht es dir gut? Da! Meine Plakatwand! Sieht doch gar nicht schlimm aus! Schau, meine Zähne! Das ist Sabotage! Wir brauchen Detektivarbeit, oder? Wer ist so scharf drauf, den Maritime-Buchtag zu sabotieren? Oh, hab ich Detektivarbeit gehört? Das ist super! Ich war auf der Detektivschule! Solltest du nicht an der Fluguniversität sein? Alle Ponys stehen einfach nur in der Sonne rum. Und wir müssen Zeugen finden, was viel lustiger ist. Frag herum, ein Pony hat sicher was gesehen. Okay, ich untersuche das. Das muss ein Pegasus gewesen sein. Seltsam. Ich weiß, was viel lustiger ist. Eine kurze rote und blaue Mähne? Ein Pony muss die Plakatwand wieder in Ordnung bringen. Zum Wohle der Kaninchen. Der Verdächtige hat strahlend weißes Fell. Die Hinweise haben wir, aber... Wir haben alle Hinweise. Perfekt. Aber die Beschreibung... Du warst es, Sip. Ich war doch gar nicht hier. Aha. Pegasi können ganz einfach vom Tatort wegfliegen. Ich muss dich wohl leider verhaften. Nein, wirst du nicht. Tut mir leid. Verbrecher auf freiem Fuß. Wir müssen Maritime Bucht vor weiteren Angriffen schützen. Ich werde die Bürger vor der drohenden Gefahr warnen. Irgendwas stimmt da nicht. Warum sollten meine Freunde so etwas tun? Ich sollte mich wohl um diese Plakatwand kümmern. Das Obst ist in dieser Jahreszeit besonders lecker. Irgendwie gefallen mir die Hörner an Hitch. Sehr künstlerisch. Ja, wir sollten es wohl ein Wiederverwerten. Wirklich? Ja. Was brauchen wir? Ein wenig gelbe Farbe wäre ein guter Anfang. Okay. Ich besorge welche. Gelbe Farbe? Wir könnten etwas tauschen. Ja. Ich mache einen Obstsalat. Dafür benötige ich noch einige Zutaten. Was brauchst du? Kannst du mir Äpfel und Birnen holen? Mach ich. Großartig. Großartig. Fast fertig. Super. Und jetzt zum Farbenladen. Schönes Obst. Und nun das Wichtigste. Einen großen Kürbis, um alles miteinander zu mischen. Einen wirklich großen. Kein Problem. Ein Riesenkürbis also. Ach, Sunny. Ich würde dir meinen größten Kürbis geben. Aber er wächst noch. Kannst du nicht ein bisschen Magie einsetzen? Lass ihn wachsen und er gehört ganz allein dir. Tadah. Puh. Großartig. Nun noch ein bisschen. Ups. Der ist ja riesig. Wie soll ich den denn zurückrollen? Uff. Uff. Sei Dank. Grundgütiger. Was für ein Kürbis. Vielen Dank. Schätze ich. Bitte sehr. Die hast du dir verdient. Viel Spaß beim Malen. Großartig. Zurück zur Plakatwand. Uff. 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 Kapp. Uff. Fantastisch. Zauber. Schön. Wahrlich ein Kunstwerk der Einwiederverwertung. Viel besser. Du hast mich ziemlich gut aussehen lassen. War gar nicht so einfach. Hey. Na gut. Trotzdem danke. Viel Erfolg beim Hirtenwettbewerb. Du packst das. Teufels. Hey. Ya. Jah. Höh. Du wirst einen Blick auf den Weg und beim Hirtenwettbewerb. Uff. Höh. Hi. Ya. Höh. Du wirst einen Weg. Uff. Du wirst. Entfangen sie drinnenwettbewerb. Uff. Du wirst wieder. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Kadettin Starscout. Ich habe von dir gehört. Du kennst mich schon, Zoom. Erinnerst du dich? Unwichtige Details, Kadettin. Du bist hier, um deine motorischen Fähigkeiten überprüfen zu lassen. Meine was? Dein Können im fortgeschrittenen Hindernisparcours. Bist du bereit? Glaube schon. Mal sehen, wie du dich schlägst. Drei, zwei, eins, los! Ich muss schon sein. Ich bin beeindruckt. Vielleicht machen wir ja doch noch eine Überfliegerin aus dir. Hier ist deine Belohnung. Hey, das sind meine Rollerblades. Die habe ich gesucht. Gern geschehen. Tja, danke. Danke. Du kannst deine Rollerblades anziehen, wenn du auf diese... Mit den Tieren passiert etwas Seltsames. Drei Krebse sind vom Strand bis hierher gekommen. Kannst du sie hierher tragen, damit ich sie im Auge behalten kann? Kaninchen hüpfen vor dir davon, aber Krebse laufen dir hinterher. Du musst die Schlampfitzen meiden. Krebse verstecken sich gern darin. Das war gar nicht so schlimm. Oder kleiner Krebse? Noch das macht drei. Fantastisch, Sani. Du bist wirklich gut darin. Und diese Krebse haben mich auf eine Idee gebracht. Der Moment ist endlich gekommen. Willkommen zum brandneuen Kaninchen- und Krebsehütenklassiker. Je mehr Kaninchen und Krebse du ins Ziel treibst, desto mehr Punkte bekommst du. Krebse verstecken sich in den Schlampfitzen. Achte darauf. Bist du bereit? Großartig! Aber du wirst auf keinen Fall meinen Rekord schlagen. Das werden wir sehen, Kumpel. Drei, zwei, eins, los! 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 Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Woho, Sunny, das war... das war richtig gut. Bist du beeindruckt? Ich? Nee. Gib es zu. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen beeindruckt. Haha, ich wusste es. Sheriff Hitch, die Stadt steht schon wieder vor einer fürchten...